Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 19.000 US-Dollar. Es ist phänomenal nichts passiert. Also seit gestern wirklich seit dem Update-Video. Ich hab jetzt echt überlegt, ob ich wirklich ein Update-Video raushau. Aber es ist echt gar nichts passiert. Wir können nochmal so auf die Primärszenarien im Endeffekt eingehen. Aber ich werde mich heute versuchen, ein bisschen mehr noch auf ein paar Altcoins vielleicht zu fokussieren. Aber an sich vom Chart-Bild hat sich echt wenig getan. Trotzdem, auf was sollten wir achten? Schauen wir uns jetzt mal an. Kurz vor dem Wochenende, Freitag. Eventuell auch nochmal ganz kurz einen Blick auf den Nasdaq und sowas. Aber ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, kommt in die Telegram-Gruppe. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Momentan, wie gesagt, 19.000 US-Dollar. Ein-Stunden-Chart momentan. Wir gehen mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart. Auch hier wenig Änderungen. Wir hatten gestern nochmal so einen kleinen Abverkauf. 18.900. Wenn man da von Abverkauf sprechen kann, dass wir einfach 200 US-Dollar oder 300 nach unten gegangen sind. Die Bewegung an sich hat sich nicht wirklich geändert. Der 200. Der SMA war gestern ein ziemlich harter Widerstand. Wir haben weiterhin diese Ineffizienz bei 19.500. Plus die meiste Ansammlung einfach an Volumen hier in diesem Bereich der 19.600 bzw. 20.000 US-Dollar. Und momentan ist keine wirkliche Richtung einfach hinterlegt. Wir haben weiterhin unser Golden Pocket, was ich jetzt wieder mal einzeichne, nachdem ich es gestern im Livestream wieder rausgehauen habe. In diesem Bereich der 18.700 bis 18.600 US-Dollar. Und das ist weiterhin momentan so eher der Bereich, der wahrscheinlich angelaufen wird, als dass wir nochmal nach oben pumpen einfach. Und irgendwann muss sich einfach mal eine Richtung ergeben. Ihr seht, wir haben überhaupt keine Bewegung jetzt mehr. Die letzten, wenn man es jetzt mal so von da hinten abgeht, wirklich seit August, September befinden wir uns in dieser Range zwischen 18.000 und 20.000 US-Dollar. Und wir brauchen mal diesen einen impulsiven Move, der uns zumindest mal etwas Bewegung reinbringt. Und ich kann mir erst vorstellen, dass dieser wirklich erst nächste Woche kommt. Wir haben nächste Woche einen Haufen voll News. Das werde ich dann am Samstag oder Sonntag, mache ich so einen kleinen Wochenausblick, mal näher darauf eingehen, was wirklich passieren könnte bzw. was entscheidend werden könnte. Und deswegen vermute ich eher, dass das Wochenende vielleicht ein bisschen volatiler wird, aber jetzt nicht unbedingt mit riesen Ausbrüchen nach oben oder unten, außer es kommen irgendwelche signifikanten News. Und wenn wir uns das auf Investing anschauen, kommt heute auch nicht wirklich was. Klar, es ist ein Haufen USA hier, aber es ist jetzt nicht wirklich was, worauf wir jetzt schielen sollten oder was jetzt wirklich extrem Einfluss auf die Kurse haben sollte. Deswegen Golden Pocket im Auge behalten. Hier oben diese Ineffizienz 19.500, wie gesagt, oder die 20.000 US-Dollar. Und momentan fehlen einfach die Impulse. Das Volumen ist absolut grausig. Wir haben weiterhin diesen Wink bei 18.000 US-Dollar. Der wird eigentlich meiner Meinung nach immer noch entscheidend sein. Und da können wir jetzt mal ganz kurz nochmal auf den Daily Chart gucken. Diese Ansammlung vom Volumen, was man hier natürlich auch nur bei Bybit hat. Ich gehe immer gerne noch auf den Binance US-Dollar Chart, wo ich gestern auch im Livestream jetzt nicht verwirren lassen drüber gesprochen habe, ist einfach die Möglichkeit, dass wir nochmal so ein kleines Falling Wedge in diesem Bereich bilden und wir da auch demnach Luft hätten bis mindestens 17.500 US-Dollar oder sogar in dem Bereich der 16.000 bis 16.500 US-Dollar. Und das ist immer noch so dieses Szenario, was ja schon Wochen, Monate auf diesem Kanal rumgeistert oder wo wir schon so oft darüber gesprochen haben. Denn auf Binance ist weiterhin der Trend intakt. Wir haben hier höhere Tiefs momentan gebildet. Wir haben noch nicht diese tiefere Tief hier drüben abgeholt. Und hier ist einfach eine Menge Volumen. Und das ist das, was ich gestern im Livestream auch angesprochen habe. Aber das verunsichert mich momentan ein bisschen, dass dieser Kurs brachial auf diesen Levels gehalten wird. Und so wird halt sehr, sehr vielen Retailern, mitunter auch uns, wenn man uns damit bezeichnen kann, auch die Chance gegeben, hierzu in Anführungszeichen billigen Kursen einzukaufen. Und das Sentiment an sich ist eigentlich relativ bearish, was jetzt diesen Häuserpreismarkt entdeckt, was die Inflation und sowas anbelangt, was die Arbeitslosenanträge, die ja gestern kamen, anbelangt, die jetzt nicht wirklich sonderlich bearish waren. Und das ist so der Grund, warum ich weiterhin eher noch auf der Seite bin, USDT oder USDC investiert bin, beziehungsweise erstmals HODL habe, bevor wir hier riesen Nachkäufe machen. Und da ergibt sich früher oder später auf jeden Fall die Möglichkeit, es kommt jetzt so darauf an, wie die Zahlen jetzt die nächsten Wochen sind, dann ist die FED-Entscheidung dann nochmal im November, ob da wieder ein bisschen bearish-er, ein bisschen bullischer eventuell gesprochen wird. Aber an sich hat sich an der Range nichts geändert. Binance-Charts sehe ich momentan sogar ein bisschen wichtiger als anzusehendes Falling-Redge, mal im Auge behalten. Übergeordnet haben wir auf dem Weekly-Timeframe auf unserem normalen Chart natürlich auch noch dieses riesige Falling-Redge, wo wir mittlerweile ausgebrochen sind, aber ohne wirkliches signifikantes Volumen. Also muss man einfach sagen, es hat sich nichts geändert zu gestern, das sind einfach die Level, die wir im Auge behalten sollen. Deswegen schauen wir uns noch ein paar Altcoins einfach mal dazu an, gehen aber wieder in den 4-Stunden-Chart dazu und fangen an mit Ethereum. Auch hier wenig Veränderung weiter in diese Range. Wir sind nochmal nicht ganz in diesen grünen Kasten hier reingekommen, diese Support-Zone, wo hier auch immer wieder diese Wigs sind, die wieder gebildet werden. Also momentan ist einfach die ganze Struktur abwärts gerichtet. Das Golden Pocket wird hier einfach der entscheidende Faktor sein. Brechen wir hier sofort durch, werden wir wahrscheinlich auch dann uns diesen Wig holen bei 1180 grob geschätzt. Das ist einfach mal. Ansonsten sollten wir uns hier unten wirklich mal stabilisieren und hier auch mal wirklich einen schönen Bounce hin oder ein bisschen mehr Volumen reinkriegen. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns dann danach sofort die 1350 bis 1400 West oder knapp holen könnten. Aber danach sieht es momentan einfach nicht aus, dass wir hier einfach diesen Impuls jetzt sofort nach oben kriegen. Dafür gibt es kein bullisches Sentiment. Eris Eye hat auch noch ein bisschen Luft nach unten. Also so diese Volatilität, die wir einfach zuletzt immer mal wieder hatten, ist einfach komplett aus dem Markt verschwunden. Es ist einfach eine riesige lange Konsolidierung, die wir hier haben und im Endeffekt passiert sehr, sehr wenig. Schauen wir uns XRP an, auch hier ein mögliches Falling Wedge, wo hier extrem gut aufgekauft wurde. Also wir hatten gestern kurzfristig einfach mal einen 5% Dump. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Waren sogar 8%, sogar ein bisschen unterschätzt. 8% Dump und der Kurs hat sich mittlerweile relativ schnell wieder gefangen hier an dieser dynamischen Unterstützung. Müssen wir mal gucken, ob der nicht auch wieder geholt wird, weil eben auch hier eine Menge Volumen liegt und dann sind wir nicht mehr weit von unserer grünen Box entfernt, die hier als potenzielle Kaufzone in dem Bereich der 40 US-Dollar Cent bis ungefähr 38 US-Dollar Cent eingezeichnet hat. Natürlich liegt hier auch das Golden Pocket noch und hier liegt einfach die meiste Liquidität. Und der Markt geht dahin, wo die meiste Liquidität liegt. Nachdem wir momentan anscheinend nicht die Stärke haben, uns den Bereich um 0,51 US-Dollar Cent zu holen, hier oben, oder sogar die 54 US-Dollar Cent, ist einfach das Sentiment eher, dass wir uns hier nochmal diese Tiefs holen, zumindest hier diesen letzten Wig oder hier da drüben noch, bis 0,41,65 und dann vielleicht hier dieses Breakout starten und dann wäre das Ziel natürlich auch diese 0,54 von diesem Falling Wedge. Nachdem wir das bei Bitcoin auch haben, ähneln sich zumindest so bei den drei größten, sag ich mal, momentan einfach diese Chart-Pattern. Schauen wir uns noch Cardano an. Auch hier Downtrend intakt. Wir haben nochmal ein tieferes Tief gebildet. Die Bullish der Virgins wäre meines Erachtens immer noch intakt. Nur auch hier sieht es einfach nicht Bullish aus. Downtrend intakt, kein Breakout gesehen. Also auch hier momentan, habe ich mich auch gestern mal die Finger verbrannt und Long versucht, der zwischenseitig kurz im Plus war, dann im Stop-Loss ausgestoppt wurde. Also momentan ist einfach nicht die Zeit, um irgendwie Long oder irgendwelche riesen Short-Positionen aufzumachen. Auf den kleineren Timeframes ist einfach zu viel Mini-Wigs, um da einen richtigen Stop-Loss momentan meines Erachtens zu finden. Und auf den größeren Timeframes bewegt sich einfach nichts. Da kriegen wir kein wirkliches Sentiment rein. Dann schauen wir uns mal ganz kurz wieder Quant an. Da sehen wir wieder so ein kleines Zeichen der Erholung momentan. Also klar, wir sind hier bis auf 157 US-Dollar gefallen. Unsere Zone war die 155. Heißt nicht, dass die nicht noch geholt werden könnte, weil auch hier sehr, sehr viel Kaufvolumen in diesen Bereich reingekommen ist. Mal ganz kurz FIP-Level dazuziehen, um mal wieder das Aktuelle drinnen zu haben. Demnach hätten wir einfach wieder Luft bis 201 US-Dollar. Wird sich aber zeigen, ob hier wirklich die Stärke ist. Die meiste Liquiditätsansammlung befindet sich einfach hier in diesem Bereich der 155 bis ungefähr 140, weil wir hier auch noch einen Void haben. Hier unten haben wir noch so eine kleine 4-Stunden-Demand-Zone. Also da kommt schon noch einiges. Und die Frage ist, ob es Quantitz wirklich hier schafft, nachdem jetzt auch hier wieder so viel Volumen reingekommen ist, die 4-Stunden E-Mail-Rhythms erst einmal nach oben hin zu durchbrechen. Oder ob wir einfach nochmal so einen kleineren Abverkauf in die Region hier runterkriegen, aufgrund auch des 200er SMA, der hier einfach jetzt dann mittlerweile liegt, beziehungsweise so langsam in diesen Bereich hier reinkommt. Und wenn wir jetzt einfach mal die Gesamtbewegung hier uns angucken, von hier unten von unseren Tiefständen, und das einfach dann mal zum Hochziehen, kommen wir hier dann auch so langsam wieder hier ins Golden Pocket, in diesem Bereich, wo wir gestern 0,5er Support gefunden haben, kommen wir jetzt hier in dieses 0,6er bei ungefähr 140 US-Dollar, 200er SMA. Da kommt halt auch wieder dieser massige Support rein, der sich dann auch ausspielen könnte und dann vielleicht die Gegenbewegung reinziehen könnte. Also das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Für die nächsten Stunden, vielleicht auch übers Wochenende, dass wir nochmal so eine kleine Abverkaufswelle sehen, würde zu Bitcoin passen, Golden Pocket, würde zu Ethereum, zu XRP passen, um dann, sage ich mal, von hier unten oder zumindest im 200er SMA, je nachdem wie der Ares Aydan ist, sage ich mal, diese Gegenbewegung vielleicht in das Golden Pocket dann hier oben abzugreifen. Und dann wird sich zeigen, ob noch genug Kraft ist, dann ein höheres Hoch zu bilden, die Liquidität oben abzugreifen oder ob das Golden Pocket dann der Schnittpunkt war und wir weiterhin die Korrektur im Endeffekt fortsetzen. Ja, war genug. Wenn ihr noch irgendwelche Altcommenter habt, schreibt das gerne unten in die Kommentare rein, können wir dann gerne übers Wochenende besprechen. Wie gesagt, morgen oder übermorgen werde ich dann noch so einen kleinen Wochenausblick machen. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an, die ich natürlich noch nicht aktualisiert habe, weil ich faul bin. Ja, das wird wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben. Guinness World Records nimmt Bitcoin in die Kategorie Kryptomanie auf. Wer dem Preis wohl entgegengenommen hat, das wäre mal ein guter Artikel. Wer nimmt den Preis für Bitcoin entgegen, das wäre gut. Ja, wenn euch der Artikel interessiert, gerne unten ist der Link unten in der Videobeschreibung, unten drin für Kryptoguru, gerne vorbeischauen. Ansonsten kommt heute noch eine ausführliche Chartprognose, die ich dann jetzt noch schreiben werde. Und ja, mehr gibt es meiner Seite nicht zu sagen. Wenn ihr Altcommenter habt, gerne unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, lasst gerne ein Like da, um einfach den Algo ein bisschen zu unterstützen. Abonniert den Kanal und wenn ihr Bock habt, kommentiert mit euren Altcoinwünschen. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen früh wieder zu einem Update. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto!